In Bad Schönborn Salsa tanzen lernen. Hier geht es darum, dass du Salsa tanzen nennst im Umkreis Bad Schönborn. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sian, Sian Jerome McCray. Salsa Tanzlehrer, Salsa Privattanzlehrer. Ich möchte als ALETV, IHK, World Dance, Consult, Gütesiegel ausgezeichneter Prädikatsanzehrer dein persönlicher Salsa Privattanzlehrer sein. Wenn das Thema Salsa lernen über einen Tanzlehrer bei dir daheim, in deinen eigenen vier Wänden, bei dir zu Hause oder an einem anderen Wunschort, der von dir vordefiniert ist, für dich interessant ist, dann die Empfehlung von mir an dich. Lass uns telefonieren, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns mit einer erklären, wie wir dich im Bereich Salsa nach vorne bringen. Hierfür die Nummer für deinen Salsa Erfolg ist die 0176 840 44 661. Lass uns telefonieren, ich möchte dein persönlicher Salsa Tanzlehrer sein. Ich habe dieses Video gemacht, weil ich mich entschieden habe, dir die Möglichkeit zu geben, relativ rasch, zügig, geschwind auf dem Markt der ganzen Möglichkeiten, schnell eine Entscheidung zu treffen. Wenn du dich entschieden hast, hier die Empfehlung an dich, lass uns telefonieren über die 0176 840 44 661. Ich bin dein Katapult, du bist der Tänzer, der im Katapult drin sitzt und ich möchte dich nach vorne katapultieren in dein Salsa-Ziel hinein. Ich möchte, dass du dein Salsa-Ziel erreichen. Wenn du möchtest, dass du im Bereich Salsa nach vorne kommst, dann ganz klare Entscheidung, lass uns telefonieren, lass uns nach vorne gehen. Ich als persönlicher Tanzlehrer möchte dein persönlicher Salsa-Privat-Tanzlehrer sein. Lass uns telefonieren für deinen Salsa-Erfolg 0176 8044 661. Ich freue mich drauf, anrufen, anrufen, anrufen für deinen Salsa-Erfolg. Auch wenn du dein Salsa-Erweizzern hast, dass du nicht hinwe performs, wenn du nichts zu tun hast, hast du nicht hinweif plausible, wenn du nicht ausprobierst. Du gehst dir das einfach ausprobieren zu ste translateden. Untertitelung des ZDF, 2020